Ohne Geldeinsatz Bitcoins bekommen. Hier ist Bonus-Bitcoin, mit dem man alle 15 Minuten 5000 Satoshi gewinnen kann. Täglich 5% Bonus und 50% Referral Commission. Ich habe hier, wenn ich nichts gewinne, 10-15.000 Satoshi am Tag, ohne dass ich zurzeit Referrals habe. Hier kann man sich registrieren. E-Mail-Adresse braucht man, Passwort, Confirm-Passwort, bin kein Roboter und so weiter. Die AGBs. Gut, dann gehen wir nochmal rein mit Sing-In. Dort muss man Passwort und E-Mail-Adresse eingeben. So, jetzt bin ich drin. Warum kriegen wir hier überhaupt Bitcoins umsonst? Weil, natürlich, wir uns nebenbei Werbung ansehen. Gesamten Banner und so. Davon wird die Seite finanziert. Wir haben hier also Account, Referrals und Sing-Out. Wir gehen weiter runter. Und da haben wir hier das Teil, wo wir Geld mitverdienen können. Hier unten sind die Claim-Settings. Wir können also alle 15 Minuten ein Claim, also sammeln, schürfen. Wir können einen Sound-Alarm einstellen. Und wir können sagen, entweder wollen wir bis 5000 Satoshi haben oder gerade den Durchschnittswert aller Claims 478 Satoshis haben. Also, wenn wir hier Always Receive, den Durchschnitt machen, den Average, dann kriegen wir 478. Ich lasse es jetzt mal so. Und jetzt gehe ich auf, ich bin kein Roboter. Da sagt er diesmal wieder einen Haken. Claim now. So, dann sagt er mir, ich habe jetzt 474.796 Satoshi und das sind kleine Bitcoin-Einheiten und 201 habe ich eben bekommen. Also habe ich weniger als der Durchschnitt bekommen, aber ich hätte eben halt hier auch 5000 bekommen können. Close. So, das kann man jetzt alle Viertelstunde einmal machen. Man sieht hier eine Uhr und hier oben sieht man auch eine Uhr rückwärts laufen. Das klickt dann einmal, wenn man wieder sammeln kann. So kriegt man so 10.000, 15.000 Satoshi am Tag zusammen. Aber man kriegt natürlich auch noch, wenn man Referrals sammelt. Hier sind die Daten, also hier habt ihr euren Referral-Link. Wenn ihr euch anmeldet, der Link steht unter dem Video, ist natürlich mein Referral-Link, damit ich auch Geld verdiene. Gut, ich habe ein Referral und da habe ich bis jetzt 251.880 Commission bekommen. So, und hier sind Banner, kann man alles herunterladen, Facebook, Twitter, sharen, also teilen. Hier ist klar abmelden und hier ist der Account. Hier kann man das Passwort insern und hier kann man Auszahlungen beantragen. Wichtig ist, dass man eine Valid-Adresse eingibt und man kann sich sofort alles auszahlen lassen. Unten stehen die letzten 10 Vorgänge, das heißt also mein Referral war die letzten 2 Stunden oder so aktiv. Und ich habe selber jetzt hier die 201 und eben teilt hier um 16.11 Uhr, das ist nicht meine Zeit, 481 eingesammelt. Ja, das ist schon alles. Man braucht natürlich ein Valid, damit man sich die Satoshi auszahlen lassen kann. Aber wenn man hier einige Referrals sammelt, da kommt schon was zusammen. Außerdem macht es Spaß, Geld verdienen, ohne dass man etwas riskieren muss. 11 Minuten 51 muss ich noch warten bis zum nächsten Claim. Jedes Mal, ich bin kein Robber. Ja, warten wir doch mal die 11 Minuten ab. Nun ist die Viertelstunde vorbei. Aber solange es nicht bis 0 runtergezählt hat, kann man hier noch nichts machen. Aber man kann kurz vorher hier schon das machen. Wieder keine Abfrage, kann ich es euch leider heute nicht zeigen. Und dann warte ich eben halt bis das runtergelaufen ist oder vielmehr normalerweise warte ich auf den Piepturm. Und dann gehe ich da erst hin. Das war jetzt nur, um zu zeigen, wie es funktionieren kann. 5, 4, 3, 2, 1. Na? Jetzt haben wir 468. Immer noch weniger als der Durchschnitt. Close. Und dann lädt alles neu, weil es ja wieder neue Werbung ist. Ich wünsche euch viel Erfolg mit Bonus-Bitcoin. Unter dem Video ist der Link zum Anmelden. Mein Referral-Link würde mich freuen, wenn er das über diesen Link macht, damit ich auch noch ein paar Bitcoins bekomme. Und ihr bekommt davon ja nicht weniger. Viel Erfolg!